ja moin leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge hier beim supermarkt simulador und leute es geht weiter und ich habe ein paar neuigkeiten denn ich habe ein bisschen was geupdatet beziehungsweise geupgradet denn ihr habt mir ja gesagt hier jimmy ladet ihr mal die mods runter die sind echt relativ cool und ja ich muss sagen das ist echt geil und jetzt passt mal auf habt ihr das gehört da hat es gepiepst und wenn wir jetzt hier reingehen sehen wir direkt einmal den biojuice applesaft mega geile sache kann ich euch sagen das macht auf jeden fall laune wir müssen dazu aber immer hier einmal diesen diesen markt hier offen haben ansonsten wird das nicht geändert also wenn ich jetzt hier zum beispiel drauf gehe und sage ich brauche das hier noch und das hier noch und das hier noch so dann sehen wir hier einmal das hat sich alles hier hinzugefügt finde ich auf jeden fall eine absolut geile sache des weiteren sehen wir hier jetzt denn ich habe mal das ganze so auch noch weiter geupgradet dass ich sehen kann ja was ich denn alles noch so weit im lager habe beziehungsweise sollte es eigentlich alles angezeigt werden aber ja da gibt es anscheinend auch ein paar problemchen denn hier sollte bei wasserflaschen und so natürlich auch die menge stehen vielleicht müssen wir das ganze hier einmal öffnen und schließen tatsächlich aktuell nicht ist jetzt natürlich vielleicht ein kleines problem aber da ist jetzt nicht so tragisch wir sehen auf jeden fall tatsächlich wäre es so dass wir aktuell 48 vom müsli im laden haben und null im lager können wir mal gucken stimmt das ja null im lager ist auf jeden fall und im shop ist auf jeden fall alles gefüllt ja ich habe das weitere noch ein bisschen umgeräumt habe ich euch ja gesagt hier steht jetzt der tee und hier ist der grüne tee und hier ist unser kaffee ja leider hatte ich keine box mehr gehabt um jetzt hier die letzten teereserven noch rüber zu räumen das mache ich dann natürlich später sobald ich dann einen freien kadon habe ansonsten ja sieht das hier glaube ich soweit richtig gut aus und ja mit dem neuen update an den neuen lizenz was wir bekommen haben habe ich jetzt hier auch noch die eier reingeräumt ja ich muss da jetzt aktuell noch ein bisschen gucken denn ich muss hier ein bisschen noch noch ein bisschen umräumen habe ich euch ja gesagt aber dazu brauchen wir erst mal noch ein bisschen kohle und das bedeutet steht das ist unser stichwort wir machen den laden auf und dann hoffen wir mal dass das hier heute ein guter tag wird damit wir hier direkt war weiter schnabulieren können hier habe ich dann mal die back sachen hingebracht denn ich wusste tatsächlich aktuell nicht wo ich die hätte sonst hinbringen sollen denn so langsam geht mir dann irgendwann naja soll ich sagen nicht unbedingt der platz aus aber ich will das ja auch gegen die so ein bisschen zumindest sortiert haben wird natürlich im laufe des deals dann noch viel angenehmer und cooler wenn wir dann das ganze hier noch weiter vergrößert haben und noch mehr regale haben und noch mehr regale und noch mehr regale also von daher wir müssen uns da ja keinen stress machen leute das wird auf jeden fall eine super sache und der theo und der henry die machen auf jeden fall einen guten job die räumen hier ordentlich ein und wir müssen nachher eigentlich nur noch hier einmal abscannen was wir brauchen das ist auf jeden fall leute das ist eine super mod muss ich ganz ehrlich sagen vielen dank auf jeden fall an dieser stelle an euch für diesen tipp das ist echt mega absolut genial i love it i really love it das ist echt eine heiße sache kann ich nur so sagen jo leute jetzt müssen die leute hier erst mal kaufen damit wir hier dann noch ein paar produkte nachkaufen können ich muss ja mal eins sagen der tee hier der ist im einkauf recht teuer aber das gute ist da sind 48 pakete drin also 48 kleine grüntee päckchen und das reicht tatsächlich ein paket für hier zwei teile voll zu machen das ist auf jeden fall schon mal ziemlich ziemlich nice hier muss aber irgendwann noch irgendwas sind was natürlich dann ein reiniger mäßig also reinigungs mäßig was ist da können wir ja eigentlich mal schauen was denn da so weit als nächstes anstehen würde desweiteren müssen wir glaube ich auch mal wieder ein paar rechnungen zahlen das steht auch noch dran ja ja ich sag nix ne ich sag nix so was gibt es hier halbs kotelett sushi klein und groß steak jakobs muschel gratter lachs und moussaka nice 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 dann haben wir hier krabben schiff scharfes krabben schiff sticks dafür soße schokolade nice ketchup mayo und pizza käse was haben wir hier bier leute oh leute da müssen wir hin hier gibt es dann bier das ist ja mal nice wir verkaufen leute da sehe ich mich hier unten gibt es dann schon mal zumindest wieder ein bleichmittel wie ich hier gerade sehe ansonsten wird es hier ja toilettenpapier gibt es dann auch noch mal anderes geschirrspülmittel reiniger geschirrspül taps und noch einen anderen reiniger ja das wird auf jeden fall irgendwann echt voll leute das wird auf jeden fall irgendwann echt voll ich würde sagen wir gehen mal ein bisschen ordern ich mach mal hier natürlich den markt auf damit wir hier auch direkt reinkommen da haben wir das zappen soda das bräuchten wir mal das hier bräuchten wir mal das bräuchten wir mal da können wir eigentlich direkt mal zwei stück ordern ich würde bei der cola mal noch was sagen desweiteren leute habe ich das limit aufgehoben normalerweise müssten wir jetzt mehr als acht produkte kaufen können das testen wir natürlich jetzt mal ob das nachher auch wirklich genau so stimmen ja ich muss jetzt immer ein bisschen einkaufen wir gucken mal ja leute guckt euch das an wir haben jetzt hier schon zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf produkte ja so muss es laufen wo muss es laufen schön einkaufen schön voll machen hier den ganzen karen das ist natürlich eine mega sache muss ich ganz ehrlich sagen bin ich leicht leute habt ihr mir echt eine gute sache mitgetan finde ich mega geil finde ich absolut mega mega geil so was haben wir hier noch da können wir noch mal einen mit holen hier eigentlich auch hier auch hier auch weil hier können wir eigentlich gleich zwei holen was wir haben das haben wir das gucken wir mal hier ja da müssen wir mal ein bisschen sparen da brauchen wir mal ein taui damit das hier wieder weiter läuft da ist natürlich ja das ist jetzt eine große investition ich bin aber auch mal gespannt was das hier nachher für ein turm gibt das muss ja auch dann immens hoch sein lektomio grande das wird auf jeden fall ein späßchen sage ich euch ja die jungs hier theo und henry die machen auf jeden fall einen super job der otto und gustav ebenso ja da müssen jetzt nur noch ein bisschen schneller abkassieren hier denn die kundschaft die wartet schon wieder die wartet und die wartet denke mal auch dass wenn wir hier den nächsten bereich freischalten könnten wir eventuell auch schon mal in die nächste kasse investieren und dann vielleicht auch in den nächsten mitarbeiter das wird auf jeden fall auch ein spaß wenn es dann soweit ist dürft ihr natürlich wieder gerne mitmachen und mir dann mitteilen was wir dort ach du lieber gott was wir dafür namen daneben für den guten herrn denn den brauchen wir ja dann sie müssen ja dann auch hier wieder die brauche alle namen ich hoffe natürlich was auch sehr cool wäre wenn wir dann in der zukunft irgendwie den herrschaften sohn sohn namensschild geben können das wäre echt eine coole sache das wäre mega geil und dass dann vielleicht auch so vielleicht auch der name dann oben drüber steht ja ich werde das wirklich eine coole sache haben dann kann man die auch so ein bisschen auseinander halten aber jetzt hier leute mit dem handscanner und so das läuft einsame spitze also ich finde es mega geil das muss hier erst mal durch die kannons durchwurschteln und jetzt hier erstmal natürlich alles voll machen ja das wäre dass das das vereinfacht die arbeit wirklich ungemein leute bin ich eine nice sache also danke auf jeden fall an dieser stelle noch mal an euch für diesen tipp mega geil hat mir auf jeden fall bisher sehr gut geholfen und als einsame spitze so jetzt sind wir mal den bio absatz amelsaft denn da wird auch schon relativ eng hier gemäler der müsste moment den haben wir doch hier rüber gepackt und dann haben wir noch die soda die ist hier oben am nächsten mal wieder ein bisschen auffüllen ja ihr habt mir ja geschrieben ja jimmy die dein lager das muss voll werden das muss voll werden da zieht noch alles viel zu leer aus naja aber sonst bin ich ja auch nur hier am einkaufen am einkaufen am einkaufen ich komme ja gar nichts mehr zu gar nichts andere mehr sagen wir es eher mal so ich bin ja nur noch am einräumen wie so ein geistesgestörter hier guckt euch das an das ist ja das ist doch nicht mehr normal leute ist doch nicht normal mir vor wie so eine maschine eigentlich so ist denn eigentlich mittlerweile das hähnchen hier das muss ich auch ein bisschen umräumen damit wir hier ein bisschen mehr platz haben ja da habe ich das ganze hier mal hierhin geräumt denn es wird irgendwann so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen eng aber ich wusste so nicht ganz genau wo ich alles hin platzieren sollte damit das so ein bisschen auch zusammen gehört das ist ja dann auch so ein ding und ja schon irgendwie auch anpassen miteinander oder haben wir noch den joghurt hier ist noch eins guten gummibärchen haben wir hier noch die pralinen die guten pralinchen für das frauchen aber bei der leute ich werde euch natürlich jetzt unter das video dann einmal auch die playlist mit anheften dann könnt ihr natürlich auch dann gerne mal schauen ja weil ihr danach gefragt habt was ich denn da immer für musik laufen lassen ja wie gesagt ich verlinkt euch auf jeden fall könnt ihr euch dann gerne reinziehen hier brauchen wir noch ein bisschen orangensaft milch geht eigentlich noch das geht auch eigentlich noch das körper oder hochräumen kommen wir machen wir auch da oben hin das passt ja ich glaube beim usa immer gleich mal zwei stück mit gleich mittel ist schon wieder leer da holen wir noch eins hier und da im klopapier ja da müssen wir müssen müssen eigentlich das klopapier mal hier voll machen kommt ins geld reichen das ist natürlich jetzt auch so eine frage ist jetzt erstmal schon geschlossen müssen wir dann am nächsten tag machen aber das geht ich mache mal hier noch zwei äh das hähnchen ist ja klar das passt auch hier wenn es ein bisschen eng werden tatsächlich bei den nudeln ebenfalls kaffee geht auf jeden fall auch gut da können wir noch mal eins nachordern an den grünen tee ja den grünen tee leute das gibt auch einer da muss ich auf jeden fall hier schon mal wieder rein damit wir noch mal den grünen tee dem roh ich hier extra weil der ist nämlich schweineteuer leute aber da brauchen wir mal zwei stück so aktueller stand könnten wir den morgen noch nicht holen doch jetzt kann man holen wunderbar das sind auf jeden fall noch ein paar kunden am start bedeutet das ist gar kein thema da gehe ich mal ganz kurz in die verwaltung bezahlt zumindest mal die wichtigen rechnungen gerade damit das wenigstens schon mal bezahlt ist wir wollen da ja auch nicht dass das nachher hier irgendwelche probleme gibt das wäre nicht so nice jetzt kommen die zwei noch ich hoffe das reicht dann dass wenn die die nächste bestellung abgehen können für den nächsten tag aber ja das sieht ja da brauchen wir uns keine gedanken machen das sieht super aus das wird laufen kein problem das wird gerockt oder hat jetzt zweimal noch die geschirrspül tubs die sind echt schweineteuer oder aber bonbons und eier und pizza und milch leute das ist wieder ein guter hunder da hier ja voller 128 dollar und 90 cent der nice jetzt haben wir hier wieder knappe 1400 auf dem konto das ist doch einsame spitze da können wir den laden zu machen dann schauen wir mal nur knappe 25 gemacht das muss besser werden das muss besser werden weil man produkte nicht gefunden viermal was könnten das gewesen sein äh schokoladenriegel honig woher mal gucken leute jetzt auf jeden Fall einiges günstiger geworden machen wir mal mit dem platten zehner machen mal 10 35 jetzt weiß ich gar nicht was es noch war ich mach erstmal ganz kurz hier die bestellung fertig dass das hier wieder damit hier ach du lieber gott damit da wieder alles voll ist ich soll mal ganz kurz durch gucken ah jetzt hat sich das auch relativ gut geupgradet jetzt sehen wir auch hier was wir alles haben und was wir nicht haben ähm schokoladenriegel muss noch günstiger und müsli muss günstiger ist denn was teurer geworden eigentlich ähm ah ja der kuchen genau schokoladenriegel und müsli und der kuchen beziehungsweise das hier die mischung da machen wir jetzt einfach mal 265 ähm oh mein welches müsli war es ich glaube das hier ja da machen wir 625 wunderbar und die schoko also die pralinchen 325 alright let's go dann packen wir den ganzen Kramer hier wieder noch schnell in das Regal ich frage mich jetzt nur was haben die nicht gefunden was ist denn nicht da gewesen irgendwas ist nicht da gewesen habe ich irgendwas vergessen zu kaufen jetzt muss ich auch mal gucken Leute habe ich irgendwas vergessen grüner Tee Eier, Macaroni, brauner Zucker ach die Wasserflaschen natürlich das Wasser das eine Wasser habe ich ja gar nicht geholt Leute beziehungsweise nicht äh gesetzt oh ja das war natürlich ein bisschen doof das müssen wir direkt mal ändern Leute ähm gucken wir hier ne da müssen wir wenigstens eins machen ja ah man das war natürlich ein bisschen doof gewesen jetzt ja da brauchen wir noch einen Kühlschrank da brauchen wir noch einen Kühlschrank aber das ist kein Problem das ist kein Problem ich nehme jetzt mal hier das neue Wasser packen wir natürlich dann erstmal da unten rein ja das ist natürlich jetzt das war jetzt ein bisschen blöd aber okay kein Problem war jetzt einmal so äh das kostet nämlich da das kostet 3 nochmal mal 3,5 Dollar so da haben wir hier das ist sogar günstiger als das andere ha 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 egal machen wir das Laden auf und wir räumen hier weiter natürlich fleißig erstmal wieder die Regale voll damit die Jungs hier auch was zu schaffen haben und ähm wir auch was zu schaffen haben ne so erstmal hier alles voll mit aber ich hänge fest mit Klobapier knallen by the way können wir das Hähnchen ne können wir noch nicht tatsächlich Pade aber erstmal das ganze Klobapier Leute und hier das gute Bleichmittel ne das gute Bleichmittel das muss auch hier in den Schrank äh ins Regal so dann könnt ihr auch nicht mehr meckern dass das hier alles so leer ist so rein damit raus damit äh ja da hat er natürlich wieder was mitgenommen ist ja klar ne ist ja logisch kann ja nicht mal so sein dass er das einfach da mal lässt und mich erstmal hier meine Arbeit machen lässt bis es dann voll ist Moment das Öl ist hier da ist ja eigentlich schon jemand im Laden ah ja ok so dann haben wir mal den grünen Tee da kommt da hin das Öl hier hat auch glaube ich zweimal grüner Tee geholt da muss eins auf jeden Fall äh noch ins Regal müssen wir da mal gucken oder ich muss eher gesagt da mal gucken ah ein Karton ich hatte glaube ich nur ein Karton Nudeln geholt aber hier guck mal der Osaft der 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 war schon der war schon richtig lost hier da gab es schon fast wieder Probleme hier da haben die Kundschaft schon wieder fast geschrien wo ist mein Zeug ich brauche Saft Saft ja ja so sind sie so sind sie Leute so sind sie so Käse ja Käse ist auch leer gewesen ah da ist doch hier der grüne Tee den packe ich mal direkt hier hin so wunderbar zack zack so wunderbärchen der grüne Tee ist platziert das läuft wunderbar so was haben wir noch hier die Seife zack und nochmal Käse so jetzt machen wir natürlich aber weiter hier erstmal voll wir brauchen Pommes Salz ähm das ja wir würden jetzt wieder meckern Jimmy das ist noch nicht voll mach das mal voll hier okay bla bla ja Leute eins nach dem anderen Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut ich kann auch nicht hexen ne so äh ja das Wasser brauchen wir mal noch ich stelle das jetzt erstmal hier oh der Kerl Achtung der Turm fällt so ja für das Wasser brauche ich dann auch noch ein Regal denn das ist auch schon mittlerweile voll dadurch dass wir jetzt hier zwei verschiedene Wasser haben aber eigentlich ne ihr habt ihr glaube ich auch gesagt das reicht eigentlich das reicht eigentlich meintet ihr mal oder sehe ich das falsch wenn ja dann sagt es mir auf jeden Fall gerne Bescheid oh jetzt habe ich gedacht die Eier werden schon leer gewesen ah da müssen wir die erstmal hier zwischenlagern aber ich kann hier zumindest schon mal das Hähnchen wieder auffüllen so und die Pommes zack sieht doch erstmal bis auf hier die Kartoffeln gar nicht so schlecht aus haben wir wieder ein bisschen Geld auf dem Konto na komm damit damit ich euren Monk befriedige mache ich hier zumindest überall mal eins rein ne oh hier das Öl fehlt auf jeden Fall äh das können wir da hinstellen dann können wir das wieder weg machen dann passt das und wir hier noch und da noch und da noch ähm oh Kampu yo 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 ah Kuhnfisch hier das Hähnchen so was haben wir jetzt hier das war gar nicht so viel ne ja sieht doch relativ gut aus zack fast wunderbar und weiter geht's Leute und weiter geht's ja ihr wolltet so ne ihr wolltet so jetzt seht ihr nichts mehr vom guten Laden wie das da drin läuft jetzt seht ihr mich nur noch hier rumhasseln wie so ein Geisteskranker und muss hier die Regale auffüllen ihr habt's gewollt wenn ihr was anderes wollt müsst ihr mir das dann jetzt sagen dann organisiere ich das anders aber jetzt aktuell geht's gar nicht anders ihr habt's so gewollt ihr habt's gemeint Timmy macht den macht das Lager voll das sieht katastrophal aus aber dabei müssen wir erstmal wieder die Funsel anmachen damit die Kundschaft hier auch wieder was sieht ey aber es wird ich glaub ja mit so ein paar Kanons hier sieht das schon wieder ganz anders aus so was haben wir hier noch nochmal Bleichmittel das muss auch noch da oben rein wunderbar oh da sieht das doch schon Leute da sieht das doch schon hier so Tola zack haben wir hier ah ja wunderbar zack und Kuchen ab geht's rein da mein Freund der Kuchen zack da haben wir nochmal den Thunfisch wunderbar wir müssen ja auch immer mal noch ein bisschen Platz lassen da gibt's ja auch noch ein paar andere Produkte die dann auch noch nachkommen dafür müssen wir ja auch dann nachher Sorge tragen dass wir die alle nachher ins Lager bekommen so hier geht's noch weiter mit dem Öl aber ich glaub der Aliband sieht doch gar nicht so schlecht aus Leute oder was meint ihr die sieht doch gar nicht so schlecht aus ich find schon das sieht hier super aus Leute das läuft das sieht hier doch schon super aus mit dem Handscanner Leute ich kann's doch nochmal sagen einsame Spitze einsame Spitze da gibt es nix zu meckern Leute da gibt es nix dran zu rütteln so da würde ich sagen Leute ich stell mich mal hier in die Ecke und dann könnt ihr euch nochmal hier ganz kurz angucken wie der Hase hier rennt zu den letzten Minuten und da gibt es nix dran zu rütteln So Leute, letzte Kunde hier. Gucken wir mal, was es hier nochmal gibt. Oh ja, guckt mal nochmal. Schöne 109 Dollar und 39 Cent. Ach, mega. Das war doch hier ein super Tag, muss ich glaube ich feststellen. Wie super. Das gucken wir uns jetzt mal an. Dazu machen wir den Laden einmal zu und schauen uns mal die Statistik an. Und ich habe natürlich zwischendrin gesehen, Katastrophe, ich habe ja den Käse noch gar nicht in den Kühlschrank hier reingepackt. Das ist natürlich nichts, aber erstmal jetzt die Spaghetti-Nudeln, Handseife und der grüne Tee wird teurer. Spaghetti, Nudeln, Handseife und der grüne Tee. Ja, die Handseife hat es auf jeden Fall mal nötig, dass die mal ein bisschen teurer wird. Dann machen wir mal glatte 2, würde ich sagen. 2, ähm, was war das noch jetzt? Oh Leute, hier sieht es aber auch mittlerweile ziemlich mager aus hier, ne? War das nicht hier irgendwas? Ähm, nee, war kein Puderzucker, ne? War kein Puderzucker. Ähm, was war es denn nochmal jetzt? Ach Mensch, ich habe es vergessen. Moment, warte mal, hier fehlt irgendwas im Schrank. Aha, der, nee. Der Mozzarella-Käse. Okay, ich muss das eh noch ein bisschen umstrukturieren, Leute. Aber das ist ja kein Problem, das kann ich dann ja auf jeden Fall gleich mal machen. Ähm, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal gucken, was jetzt dann tatsächlich nochmal... Ähm, grüner Tee, genau, das habe ich ja. Ähm, Handseife haben wir auch. Ah, die Spaghetti-Nudeln, genau. Die Spaghetti-Nudeln sind noch teurer geworden. Und was ist günstiger geworden? Wo ist der roter Fein? Ah, der Mozzarella-Käse. Okay. Äh, Mozzarella... Ah, Moment, 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 Moment. Das müssen wir erst nachkaufen. Das müssen wir erst nachkaufen. Erstmal hier... Oh, Leute, der ist aber auf jeden Fall sehr gut angestiegen. Da können wir mal gutes 6,80 draus machen. Oder komm, wir machen 6,79. So. Prima, 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 Leute. Prima, das läuft auf jeden Fall. Ja, die Gefriertruhen sind auch so weit voll. Da würde ich sagen, Leute, ich check mal hier noch ein bisschen was ab mit unseren Regalen. Guckt mal, ob ich vielleicht noch irgendwie irgendwo hier einen Kühlschrank unterbekomme. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, heißt es natürlich wieder, lasst mir sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde dann probieren, natürlich einmal das Lager auf die nächste Stufe zu upgraden. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen superschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao. Bis zum nächsten Mal.